Hi ihr Wundervollen! Hi! Willkommen zu einem neuen Video von uns. Und zwar haben wir uns überlegt, dass wir heute den Vegan-Tag machen. Yeah! Der ist nämlich richtig cool, wir gucken den beide... Zu uralt oder so? Ja, der ist schon wirklich... Wir machen das fünf Jahre zu spät. Ja, mein Gott, besser später als nie. Aber es ist, glaube ich, echt schon ein älterer Tag. Aber der ist richtig cool und wir dachten, das interessiert bestimmt auch viele, die nicht Veganer sind. Einfach, weil es spannende Fragen sind. Und ich würde sagen, wir legen einfach los, oder? Ja, absolut. Hau rein. Ich hau rein. Frage 1. Wie lange lebst du schon vegan? Ich? Ja, bitte. Ich jetzt. Das ist ganz schwer zu sagen, weil irgendwie der Übergang immer so fließend war bei uns beiden. Ja. Weil wir zusammen angefangen haben. Ich würde so sagen, ein bis zwei Jahre. Ja, also ich würde auch sagen, vor zwei Jahren haben wir wirklich angefangen, ja, Fleisch wegzulassen nach und nach. Wir haben immer noch ab und zu Fleisch gegessen, aber haben es damals schon weggelassen, ähm, zu Hause. Und dann kam irgendwann die Milch dazu und der Käse und so weiter. Und jetzt ist es halt so... Dass wir weggelassen haben. Genau, dass wir weggelassen haben. Es kam nicht dazu. Und jetzt ist es so, nur damit ihr Bescheid wisst, wir sind keine hundertprozentigen Veganer, wir essen zu Hause vegan und auswärts, je nachdem, wenn es was vegan ist, gibt vegan und wenn nicht, dann halt vegetarisch, so. Ich hab's mal ausgerechnet, ähm, wir sind genau 88%. 88%. 88% vegan, ja. Ja, also 90%. 90% vegan. Ja, also so würde ich es auch sagen, genau. Okay. Ähm, dann, kleinen Moment, jetzt ausgegangen, jetzt hier. Nummer zwei. Wie steht deine Familie, dein Freundeskreis zum Thema vegan? Äh, kann ich ja mal anfangen vielleicht. Also meine Familie, ähm, ist, da ist niemand vegan und da ist auch niemand vegetarisch. Das sind alles wirklich Fleischesser, die viel Fleisch essen. Und ich bin prinzipiell auch so aufgewachsen, mochte aber Fleisch noch nie. Und ja, wie stehen sie dazu? Sie lassen mich mein Ding machen. Ich belehr sie jetzt aber auch nicht ständig irgendwie. Ähm, ja, und ich denke mir halt, sie sollen halt sich ernähren, wie sie wollen und wie sie es für richtig finden. Natürlich finde ich es manchmal schade, weil ich mir denke, Mensch, es ist einfach nicht gesund. Und ich will natürlich, dass meine Familie lange lebt und lange gesund ist. Aber trotzdem sind es eigenständige Menschen, ne? Ja. Und trotzdem müssen die für sich ihre Entscheidungen treffen. Und deswegen, ja, also sie stehen so dazu, dass sie mich einfach machen lassen. Ja. Ja, bei mir ist es auch so, also meine finden es super, meine Familie lebt eigentlich eh überwiegend vegetarisch. Also das war schon immer so, meine Mutter war sehr früh schon, da war ich jung. Sehr jung. Nein, so alt bin ich ja gar nicht. Okay, ähm, die war schon sehr früh auf dem Öko-Trip. Haben wir gesagt, meine Mama ist auf dem Öko-Trip. Ne, aber, äh... Ne, das war bei mir gar nicht so mit Öko, gar nicht. Ja. Ja. Ne, und deswegen habe ich das schon sehr, relativ früh kennengelernt, so mit acht, neun oder sowas, habe ich dann schon Sojamilch getrunken oder Reismilch anstatt Kuhmilch, wo war ich immer noch Kuhmilch getrunken. Wir waren ja nicht vegan, wir waren eher vegetarisch. Also wir haben... Aber es gab halt das Angebot bei dir daheim, oder? Dass halt mal eine Reismilch da war. Ja, das gab es schon, ja. Zwar auch, also Kuhmilch und Reismilch gab es zu Hause bei uns. Kannte ich gar nicht bis vor ein paar Jahren, dass es Reismilch gibt, also... Ja. Kannte ich nicht. Ich kannte die Reiskokosmilch noch nicht, die ist geil. Ja, die ist geil. Ja, dann können wir mal mit der nächsten Frage weitermachen. Ähm, was ist zu deinem Lieblingsessen geworden und was hast du erst als Veganer kennengelernt? Lieblingsessen, huuuh, ist schwierig, weil es gibt immer sehr, sehr viele, also Lieblingsessen. Hm, also unter Lieblingsessen verstehe ich, es soll gut schmecken, es soll schnell gehen, es soll, ähm, gesund sein, würde ich jetzt sagen. Bei den Flammkuchen letztens, der war schon geil, oder? Ja, vielleicht ein bisschen mehr Priorität hat lecker. Also Flammkuchen, Burger, ich meine... So ungesund, ungesund ist es ja jetzt eigentlich gar nicht, so ein Burger, wenn der jetzt so aus Linsen gemacht ist, anstatt, ähm, aus Tofu zum Beispiel, dann hast du ja eine super gute Proteinkuelle. Ja, aber selbst aus Tofu, wenn man ihn jetzt nicht jeden Tag isst, ist das ja sehr in Ordnung. Das Brötchen halt, aber mein Gott. Also ich würde auch sagen, die Sache mag ich gerne, oder unsere käsefreie Käsesoße, da hat Matthias mal für mich gekocht, ich verlinke euch das mal hier oben und in der Infobox. Richtig, richtig lecker, könnte ich ständig essen und das ist auch gar nicht ungesund. Und, ähm... Überhaupt alle Gerichte mit Käse irgendwie, so den guten Käseersatz haben. Das ist schon was Feines. Das ist eine Klasse. Und dann noch die Frage, was hast du erst als Veganer kennengelernt? Also in meinem Fall sehr, sehr viel, weil ich ja davor mich überhaupt nicht damit befasst habe, mich damit überhaupt nicht auskannte. Also diese ganzen Pflanzenmilchprodukte. Tofu habe ich davor nie, nie, nie gegessen. Mittlerweile weiß ich halt, wie man ihn gut zubereitet, deswegen gibt es ihn ab und zu. Ähm... Zwergenwiese Aufstriche, pflanzliche Aufstriche, das sind alles Sachen, die ich davor nicht gekannt habe. Eigentlich war für mich so ziemlich alles neu. Ja, nee, für mich eigentlich auch. Es gibt so viele neue Sachen immer wieder zu entdecken. Und es wächst ja auch tagtäglich, das Angebot. Und es ist spannend zu erleben, was es da immer wieder Neues gibt. Also ich probiere mich da total gern aus. Auch wenn es mal jetzt nicht das Allergesündeste ist oder sowas. Aber ich probiere mich einfach wahnsinnig gern aus. Ja, ich auch voll. Ähm... Wo kaufst du deine Lebensmittel? Äh... Ja, wir kaufen sie zusammen im Vitalia und im Aldi und... Machen wir noch auf den Markt, da kriegen wir oft was geschenkt. Sachen, die schon fast... Ja, das geht super gut. Also einfach fragen. Ich glaube, die Leute freuen sich teilweise extrem darüber, wenn sie gefragt werden, ob sie was von ihrer Ware umsonst abgeben. Oder für einen halben Preis fragen wir immer. Und dann schenken sie es uns meistens. Ja, genau. Das ist eigentlich ganz gut. Aber natürlich kurz bevor der Markt schließt. Genau. Also dann sind sie echt sehr gewillt, einem was zu geben. So eine Erfahrung haben wir jetzt gemacht. Und ab und zu gehen wir noch ins Vegans, weil da halt einfach alles vegan ist. Und die auch besondere Sachen haben. Das machen wir jetzt nicht oft. Aber ich finde, jetzt könnten wir eigentlich mal wieder... Ja, wobei ich habe gehört, dass wir zugemacht haben. Was? Ja, ja. Also ich weiß, es ist noch nicht sicher. Nee, das kann ich auch worauf zu googeln. Ich google es gleich. Auf jeden Fall, falls nicht, dann müssen wir da auf jeden Fall hingehen. Wenn dann vor kurzem. Dann gab es Rückschläge, Heißhunger oder vermisst du etwas? Also Rückschläge, da kann ich glaube ich für ein Zweites sprechen. Das gab es jetzt bei uns nicht so, weil wir ja nie hundertprozentig vegan wurden. Und deswegen nie diesen Druck hatten. Und nie dieses, oh mein Gott, ich habe jetzt einen Rückschlag gehabt, weil ich jetzt einmal irgendwie Feta gegessen habe im Salat oder so. Das gab es halt bei uns nie, was ich sehr entspannt finde. Und was ich vielen auch empfehlen kann, die sich noch nicht sicher sind. Ey, esst einfach vegan und macht ab und zu Ausnahmen. Das ist gar kein Problem. Gibt es da nicht diese Rückschläge immer so im bösen Sinne so und das demotiviert und so. Und dann wird das irgendwie so ein Zwang, der keinen Spaß macht und so. Und ich glaube hinterher, langfristig gesehen, ist es da nicht durchzuhalten. Genau. Außer ihr habt wirklich mega Bock drauf und sagt, ja, das ist es und das will ich sofort und für immer und so. Okay, aber wenn ihr wirklich sagt, so Mensch, wegen der Gesundheit und den Tieren, aber euch fällt es eigentlich schwer, weil euch eigentlich alles schmeckt, dann macht es halt langsam. Also ich habe auch immer mehr Bock drauf gekriegt. Also desto mehr ich mich damit befasst habe, desto mehr haben mir vegane Sachen geschmeckt und desto weniger hat mir Fleisch, Milch, Käse und sowas geschmeckt. Und am Anfang haben wir auch öfter mal nochmal gesagt, ja komm jetzt, komm Besuch, lass Eier und Milch einkaufen irgendwie, um Kuchen zu backen. Und das wird immer, also das gibt es jetzt eigentlich gar nicht mehr. Aber ja, also von dem her, lasst euch da Zeit und vermisst du etwas? Das finde ich eine spannende Frage, weil ja, ich muss schon sagen, dass ich was vermisse. Also ich vermisse ganz oft Feta. Ich finde Feta unglaublich geil und ab und zu esse ich dann auch Feta und dann ist es auch wieder gut für eine lange Zeit. Also letztens hatte ich ein Feta eingekauft und jetzt ist es erstmal wieder gut. Und was vermisse ich noch? Oh ja, Bacon. Also ich mag Bacon. Ich mag kein Fleisch und mochte noch nie wirklich Fleisch, aber Bacon, Schnitzel finde ich nicht so schlimm, weil da gibt es ganz gute Alternativen. Und was mochte ich noch immer gern? Ah ja, so die Haut, so vom Hühnchen oder so, wenn die knusprig ist, muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich geil, aber esse ich halt nicht mehr. Mein Gott, also ist das auch nicht so dramatisch. Also ich vermisse eigentlich gar nichts, so kommt es mir vor. Also ich weiß nicht, wenn ich mir jetzt so ein Fleisch, wenn dann Käse noch hin und wieder, aber da gibt es ja so gute vegane Alternativen. Vegane Käsesoßen, können wir euch vielleicht auch mal was verlinken. Ja. Genau. Wenn dann das, aber sonst vermisse ich eigentlich auch nichts. Ja, also ich vermisse auch wirklich nur den Geschmack. Wenn ich dran denke, was es ist, dann habe ich auch keinen Bock mehr drauf, aber nur damit ihr wisst. So, ja, genau. Verwendest du vegane Kosmetik? Das kann ich beantworten. Nicht ausschließlich, natürlich ist was Veganes dabei, das ist ganz klar, aber ich achte aktuell nicht so drauf. Es gibt ja auch vegan und tierversuchsfrei, das muss man auch nochmal unterscheiden. Aber das ist auf jeden Fall ein Ziel von mir. Also es ist ein Ziel von mir, dass ich mehr tierversuchsfreie und mehr vegane Kosmetik oder ausschließlich sogar benutze. Aber das ist halt auch ein Prozess wie mit der Ernährung und ich setze mich da nicht so unter Druck. Ich weiß, manche denken, ja, ist überhaupt nicht meine Einstellung. Genau. Dann verwendest du Zusatzpräparate, B12 zum Beispiel. Vitamin B12 oder Vitamin D. D. Genau. Beide, also beides. Sagt man so, als Veganer muss man auf Vitamin B12 achten, weil die Pflanzen das nicht so haben durch die Aufzucht und wenn, dann eher Wildkräuter. Genau, Wildkräuter. Aber da kann man jetzt auch nicht so viel davon essen, zumindest ich packe einfach nicht zu viel davon. Ja, sehr herbst, sehr bitter. Genau. Aber ja, das machen wir und das ist gut so. Und Vitamin D sollte jeder, egal ob Veganer oder Nicht-Veganer, supplementieren. D, ja. Vor allem in Deutschland. In unseren Reitengraden, genau. Dann hast du Haustiere? Nein. Nein. Hätten wir aber gerne. Ja, du mehr, glaube ich, als ich. Ja, ich will einen Hund, einen Hund, gut, gut, gut. Eine Jule, ne? Eine Jule. Er nennt jeden Hund Jule. Ja. Das ist süß. Und dich auch manchmal. Ne, aber leider nicht, aber kommt irgendwann bestimmt. Also, wir sind beide sehr tierlieb. Gucken wir mal, ja. Schauen wir mal. Konntest du Veränderungen an deinem Körper feststellen? Verringerte Erkältungen, Haut, Bild, Allergien? Ich jetzt? Ja. Nö, also wirkliche Veränderungen. Ja, es geht mir ein bisschen besser. Ja, also körperlich fühle ich mich leichter, fitter und irgendwie kräftiger. Und es macht mir mehr Spaß zu trainieren. Ich sehe schneller Erfolge. Ich habe das Gefühl, man sieht die Muskeln ein bisschen mehr, ein bisschen schneller. Ja, ja, ja. Und die Migräne ist wirklich schon leichter geworden. Ja, meine Migräne ist etwas leichter geworden durch die vegane Ernährung. Das fühlt sich insgesamt sehr, sehr gut und macht richtig Spaß. Ja, also meine Allergie ist ja komplett weggegangen. Dazu habe ich mal ein komplettes Video gemacht, auch hier und in der Infobox für euch. Da könnt ihr reinschauen, ich hatte ganz, ganz schwere Allergie. Nichts hat geholfen. Aber die Ernährungsumstellung in Kombination natürlich mit grünen Säften, das hat wirklich den Effekt bei mir gebracht. Genauso meine Herzrhythmusstörungen sind besser. Also, ja, ich habe da schon viele Veränderungen gespürt. Aber jetzt nicht so Haut oder sowas. Weil meine Haut war immer schon ganz gut, eigentlich immer schon sehr gut. Und da habe ich nichts gespürt. Und jetzt Nägel oder so auch nicht. Wobei, außer die Haare habe ich so das Gefühl, ich habe das Gefühl, sie sind wirklich, obwohl ich sie blondiere, schöner, kräftiger und so. Also da merke ich einen Effekt. Aber sonst jetzt nicht. Genau. Dann, wie alltagstauglich ist vegan? Ja, sehr, finde ich. Also es wird auch immer mehr. Und ja, schon. Aber ich finde es nicht total alltagstauglich. Also die normale Ernährung ist schon alltagstauglicher, wenn man davon ausgeht, dass man überall irgendwas kaufen kann, wenn man gerade Lust hat. Aber natürlich... Ja, es wird mehr. Genau, es ist... Man kriegt eigentlich immer was. Nur man muss halt sich zum Beispiel beim Bäcker die Zutatenliste geben lassen oder so, um das abzuchecken. Das könnte halt für manche ein bisschen aufwendig sein. Deswegen, das ist auch mit ein Grund, warum ich jetzt unterwegs auch einfach dann auf vegetarisch zurückgreife und denke, ja mein Gott, dann ist da jetzt Milchzucker drin oder irgendwas. Egal so. Aber es gibt ja viele, die da sehr strikt sind. Da muss man sich einfach informieren. Aber es ist absolut heutzutage schon machbar. Es ist gar kein Problem. Und jetzt das Letzte. Ergänze den Satz, vegan sein ist... Vegan sein ist... Vital... Mega geil. Ja, auf den Punkt gebracht. Mega geil. Vital macht Spaß. Es erfüllt einen, gerade durch das Bewusstsein, dass man seinen positiven Beitrag zur Welt beiträgt. Beiträgt. Beiträgt, ja genau. Gerade dieses Bewusstsein macht richtig Spaß. Also vegan macht Spaß und fühlt sich leicht und kraftvoll an. Also für mich ist vegan sein, ist yummy. Es ist einfach lecker. Es schmeckt mir besser, weil ich noch nie Fleisch mochte und so. Von dem her, ich finde es einfach lecker. Also vegan ist lecker und das glauben viele nicht. Aber es ist wirklich so. Es ist absolut so. Ja, so ist es. Kann ich bestätigen. Ja, es ist wirklich so. Auf jeden Fall. Das war die letzte Frage. Genau, dann verabschieden wir uns. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Vielleicht wollt ihr ja den Satz, vegan sein ist, in die Kommentare schreiben. Zipp. Genau, beantwortet doch mal den, oder vervollständigt den Satz. Gebt uns gerne Feedback und... Bis zum nächsten Mal. Genau, bis dann. Tschüss.